Musik Ja wo sind sie denn alle? Wo sind sie denn? Wo laufen sie? Ach da sind sie. Haha, okay. Ja, die Auswertung fehlt noch vom Rennen hier. Also wieder die Teamwertung. Die Teamwertung, die Einzelwertung und die Platzierung. Jetzt in der Gesamtwertung. Platzierung muss der Topper machen. Okay. Dann hau rein. Also, Platz 1, das ist der Danny. Applaus, Applaus, Applaus. Platz 2 ist der Guten. Platz 3 ist der Markus. Platz 4 der Nico. Platz 5 der Tino. Platz 6 der Rocktox. Platz 7 der Doktor. Erstaunlich. Platz 8 der Sachse. Platz 9 die Leberwurst. Yay. Und der Beste im Rennen war der Herr Carvon als letzter. Danke. Das Beste kommt halt zum Schluss. Danke Tino. Entschuldigung. Entschuldigung. Und dann noch die Teamwertung. Ey, aber Randy, du warst am Anfang hinter mir eine halbe Runde und dann warst du... mit der Platzierung weiter geht. Ja, mein lieber Teamkollege musste mich schrammen, dass ich weit nach hinten falle. Er musste. Gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Mich hat es bloß gewohlen. Hey, der war doch bis eben noch hinter mir. Lass... Diskutiert das dann nachher aus. Komm, jetzt die Gesamtwertung. Also am letzten Platz ist immer noch das Team vom Carvon. Naja. Bist du noch? Am vierten Platz das Team vom... Können wir die Punkte dazu haben? Achso, die Punkte sind 69 haben sie. Das Team vom Dr. X ist vierter, das hat 76 Punkte. Platz 3 das Team vom Sachsen, die haben 81 Punkte. Ah, die kommen nicht ran. Die können nicht abholen, ja. Platz 2 das Team vom Markus, die haben 118 Punkte. Und Platz 1 das Team vom Guten, die haben 122 Punkte. Wow. Wow. Okay. So. Dann gehen wir jetzt gleich zum... Aber letztes Match zählt doppelt, oder? Ist ja Formel 1. Nein. Ja, ist aber noch Formel 1. Ganz am Ende muss der Team... Ja, sonst könnten nämlich die letzten noch erster werden. Nein. Ganz am Ende muss der McManius mich noch interviewen, das schuldet er immer noch. Ja, und jetzt gehen wir alle mal zum Wrestling. Jetzt gehen wir alle zum Wrestling, genau. Dürfen diesmal die, die zugucken, fliegen, oder dürfen die das auch nicht? Nein. Keiner fliegt. Keiner fliegt, wer fliegt, fliegt. Achso. Fliegt. Alles klar. Und was ist, wenn die auf den Teleformasten hochklettern? Ja, das kannst du machen. Das kannst du machen. Uh. Ja. So. Wir sind jetzt beim Wrestling. Es wäre froh, wenn die Admins mal die Feuer entfernen würden. Das geht nicht. Ich kann sie nicht verkaufen, weil sie sie nicht... Das geht nicht. Hey, das ist eine Werbung. Das geht aber nicht. Hier ist Produktplacement. Der Karte. Ja, und das ist das Problem. Achso. Na gut, okay, dann lassen wir sie drin. Dann lassen wir sie drin, so schlimm fressen sie ja nicht. Da hinten ist Produktplacement, wusste ich gar nicht. Waren wir müssen. Okay. Okay. Gut. Okay. Also, es geht ums Wrestling. Und zwar, ihr seht diese beiden schönen Radlader hier stehen. Wir kämpfen eins gegen eins. Und zwar tritt immer der jetzt momentan in der Einzelwertung Letztplatzierte gegen den Erstplatzierten an. Der Zweitplatzierte gegen den Vorletzten und so weiter und so fort. Ja. So. Wir haben also fünf Kämpfe. So. Es zählt die Zeit, die man braucht, seinen Gegner zu besiegen, beziehungsweise die benötigt wird, bis man besiegt wird. Das heißt also, wer am schnellsten auf dem Rücken liegt oder aus dem Kampfbereich hier rausgeschoben wird, der ist natürlich dann ganz hinten platziert. Und wer seinen Gegner als erstes rausdrängt, also das heißt hier in das Wasser rein oder über den Zaun rüber oder so irgendwie was macht, dass der andere sich nicht mehr bewegen kann, der hat halt dann entsprechend gewonnen. Nicht mehr bewegen können heißt, dass man sich halt praktisch auf den drauf legt und ihm daran hindert, wegzukommen. Also es wird dann auch wie beim Wrestling 3, 2, 1 und also beziehungsweise 1, 2, 3 und werden ihn drei Sekunden lang sich nicht bewegen. Das will ich sehen, wie du den Radlader auf den anderen Radlader drauf legst. Das geht ganz gut. Das geht ganz gut, wenn man weiß, wie es geht. Heißt K.O. auch in der Luft und nicht mehr bewegen können? Ich will es nur wissen. Ja. Wenn man ihn jetzt so hochkant hinten auf den Arsch stellt, den Radlader, kann er sich ja nicht mehr bewegen. Du musst ihn covern. Du musst ihn irgendwie covern. Du musst praktisch mit der Schaufel ihn abdecken oder irgendwie sowas. Ja und dann müsst ihr ihn zählen, wenn er bis 10 nicht wieder vorbei ist. Also jetzt mal nur an. Bis 3 wird gezählt. Bis 3. 1, 2, 3. Man schafft ihn auf die Schippe zu stellen. Ja natürlich langsamer. Dann gehts auch, oder? Bitte? Wenn ich den oben auf die Schippe stelle, dass er nicht mehr runterkommt. Ne, der muss am Boden sein. Der muss am Boden sein. Du verstehst, wenn der andere bewegungsunfähig ist. Boah, das ist aber echt doof, ne? Ja. Auf die Schippe und hoch. Wenn das funktioniert, dann ist das doch wohl ein Sieg auf ganzer Länge. Ne. Der kann er ja nichts mehr machen. Du kannst ihn dann vielleicht raustragen oder so, dass du ihn über die Regenbegrenzung schmeißt oder so. Wer ist denn hier mit dem Profi-Hopper durchgefahren? Ich? Geil. So, ganz kurze Info. Gibt es mehrere Radladen hier in der Nähe? Nein. Ich sehe es einmal so, dass beim ersten oder spätestens beim dritten, vierten Kampf der Radlader unfähig ist und im Wasser liegt und nicht mehr benutzt werden kann. Ja, dann kaufen wir einen neuen. Okay. Da in Wasser, wenn er rein fehlt, dann kannst du ihn wohl noch weiter bieten. Genau. Doch. Zurücksetzen. Nein, du kannst ihn weiter nutzen. Nein, wir haben vorher probiert und das ist nicht mehr gegangen. Naja, dann kaufen wir dann einen neuen. Das ist kein Problem. Wir haben genug Kohle auf dem Konto, um noch ein paar Radlader zu kaufen hier. Sag mal, fragen wir, wie viel wir haben? Irgendwie 98 Millionen oder so. 98 Millionen. Wow. Also wir können mal kaufen. Das waren aber viele Feuer. Rock Talks. Kannst du bitte mit dem Hämmern aufhören? Toll, die go. Danke. So, fangen wir an. Okay, fangen wir an. Dann rufen wir die Begegnung raus. Die erste Partie ist Rock Talks gegen Danny. Okay. Hä? Hä? Niko gegen Tino, denke ich. Was? Die erste Partie ist Niko gegen Tino. Niko gegen Tino. Also, die erste? Niko gegen Tino. Niko gegen Tino. Das heißt, ist der letzte platziert an der Gesamtwertung? Nein. Oder der erste? Der erste gegen den letzten in der Einzelwertung? Ja. Ja, aber... Nicht erst fünf gegen sechs. Ich bin Erster in der Einzelwertung? In der Gesamtwertung oder in der Einzelwertung? Achso, Moment, Moment. Nicht. Wir fangen mit fünf gegen sechs an. Ja, mit fünf gegen sechs. Gut, dann mach mit fünf gegen sechs. Achso. Achso. Okay, alles klar. Niko gegen Tino. Genau. Ich dachte aber, fünf gegen sechs wäre Rock Talks. Wir haben noch. Einfach. Was ist eigentlich, wenn Teamkollegen gegen einander sein? Egal. Dann gilt das Gleiche. Achso. Okay. Äh, Flo, du stoppt die Zeit? Ja. Gut, ich zähle aus. Wir müssen uns dann aber blutig, ne? Und, äh, sag dann auch, wann's losgeht. So, alle bereit? Ja. Flo? Ja. Gut. Drei, zwei, eins, los. Wanne, kannst du ein bisschen tiefer mit der Kamera bitte? Oh, 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 oh. Ja, perfekt. Komm, Niko, ja, super. Ja, Niko. Jawohl. Geil. Nein. Ah, ist wieder rausgekommen aus dem Griff. Was eine Scheiße, ey. Das war eine gute Chance. Pass auf, lass dich nicht von hinten leben. Ja, das lässt er, das lässt er. Er läuft davon. Ja, Niko, du bist fast im Rand, pass auf. Ja, ja, alles gut. Ist eigentlich Rant zum Mähnen und ist dann der Rand oder ist der Wald der Rand? Nein, ich glaub, das Wasser ist da. Das Wasser, das Wasser. Ah, okay. Das Wasser und der Zaun ist der Rand. Oh, mein Joystick. Yeah, ja, 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 ja. Dino, komm, du Christin. Komm, 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 komm. Drei, eins, zwei, drei. Ich geb auf. Drei. Und raus. Raus. Okay, wunderbar. Yeah. We have a winner. So wird das gemacht. So wird das gemacht. So wird das gemacht. Äh, geil. Dino aus, ja. Die Richter positionieren. Dann wieder, wieder bitte in die Ausgangsposition zurückfahren. Mach Topper, mach das. Gut. Ich nehm die High Five. Wo ist Randy? Topper, ich nehm gleich den zweiten. Hab dich ausgelockt. Markus, musst du jetzt reißen. High Five. Was? Das war ein Scherz, Mensch. Die Topper macht doch auch nicht mit. Dachte ich schon. Ah, da hinten ist der nix. Nein, der fährt den nur an die Seite. In die Ausgangsposition. So, die nächste Begegnung bitte. Die nächste Begegnung ist Rock Talks gegen Danny. Uiuiui. Uiuiui. Dane bitte, Danny. Entschuldigung, Markus. Dane bitte. Dane bitte. Ich dachte, ich hätte ihn, ey. In gutem hat sowieso keiner Chance. Es ist sowieso. Ja, so ist das, wenn man die große Klappe hat. So, alle bereit? Nico, das ganze über die Community ist auf der Community. Wo bitte? Wenn die alle Ruhe. Flo? Ah, ne. Ja, ich bin bereit. Drei, zwei, eins, los. Probleme. Rock Talks macht es richtig. Ja, wunderbar, Rock Talks. Halt einen schönen hoch. Ja, so kommt jetzt rauf. Rauchheben, dann hast du ihn. Ja, rausschieben. Ja, hinten rüber, über. Genau. Wunderbar. Du konntest nicht stehen bleiben, oder? Zehnt das schon? Ja. Ja, 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 ja. Gleich hat er den raus. Ja, und raus. Jawoll. Ist das jetzt ernst? Klassisch. Hab ich den Zaun kaputt gemacht, oder war der schon kaputt? Der war schon kaputt. Der war schon kaputt. Ja, nice, Danny. Was? Die Schaufel mal bewegen. Schaufel mal hoch. Die Physik ist ja so herrlich. Wie geht das eigentlich? Wann soll ich helfen? Ja, nee, er kommt schon auf die Beine. Er kommt auf die Beine. Ja, jetzt steckt er im Zaun. Steckt er im Zaun? Ja, mit der Schaufel kannst du dich aber befremd. Da kannst du dich aber runterheben von da. Ja. Noch einmal. Ist schon. Ist schon. Ist schon frei. Ja, toll. Wer als nächstes könnte ja schon sagen, solange sie noch... Waka, waka, waka. Die nächste Partie ist Leberwurst gegen Randy. Watsch. Mach'n weg, Randy. Meiner. Leberwurst. Leberwurst. Mach'n weg, Randy. Bist du jetzt doll enttäuscht? Leberwurst. Leberwurst. Schaufel ganz nach unten und hochstellen, dass du aufboxst. Genau so. Alle bereit? Ja. Ein bisschen runterheben, damit du schon fahren kannst. Lass ihn auf dich zukommen. Ja, man steht fast mit dem Zaun. Ganz wichtig. Leberwurst. Ja. Gut. Du musst ein bisschen vorwärts schaufeln. Drei. Zwo. Eins. Los. Lass ihn auf. 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 Vor allen Dingen, er sagt nichts, ganz konzentriert. Leber macht halt, was er soll. Und von der Seite. Dauerleber. Das ist Kampf. Das habt ihr so lange im Community-Server geübt. Ja. Das haben wir ungefähr 40 Mal geübt, das Zeug. Guckt euch das an, wie lange das dauert. Und ich war nach drei Sekunden raus. Könnt ihr mich vernünftig im TS verstehen? Nein, du, rückwärts, rückwärts. Ja, ein bisschen am Lenken. Das ist ein 500. Ja, das hört man auch. Lüft an, wirst du? Ich bin doch ungewöhnlich. Komm doch mal ruhig hier. Komm, sagst du. Ja, aber Gruden, willst du nicht kurz eine Eustadt machen? Überlege ich gerade. Da musst du ja wieder einloggen und laggen und alles. Ja, das geht sich sicher aus. Der Gute ist erst im letzten Fall. Auch bei mir jetzt leider in der Aufnahme fehlt dann das Ende des Kampfes. Aber wir wissen eh, das Leber gewinnt, von daher. Jetzt hat er einen. Nein, hat er nicht. Doch, das war's. Eins, zwei, drei. Ja, nein, 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 weiter geht's, weiter geht's. War das noch? Der war nicht. Ja, war noch. Der ist doch gerade so raus, ja? Gerade so knapp. Gerade noch so aus der Schippe raus, ja. Aber gleich, jetzt müsste es... Komm, 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 komm. Ach, schieß heute ab. Leber, aufbocken. Nach unten aufbocken, die Schippe. Dann kriegst du ihn immer hoch. Die Trainer bitte vom Flachfeld weg. Ja, Kilo, bitte. Ja. Ich beobachte das aus guter Distanz. Aus guter Distanz. Das ist nicht los, nicht abdrängen. Das ist nicht gut. Los, sagst du. Ja, 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 komm schon. Gleich hast du nicht. Gleich hast du nicht. Ja, jetzt schiebst du raus. Jetzt schiebst du raus. Jetzt hast du nicht. Nein, 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 nein. Kannst du dich noch mal retten? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ist das ein Spannnacker. Kannst du dich noch mal retten. Ist das ein Spannnacker. Oh. Ah. Jetzt kommt der Reverse. Ich muss da hin, ich muss da hin irgendwie. Da merkt man diese schöne KI, diese schöne Physik von diesem Spiel. Ja. Au. Jetzt muss man los. Ja, jetzt musst du nur noch irgendwie ins Wasser oder über den Zaun oder irgendwas. Ins Wasser, das ist da. Nein, 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 nein Untertitelung des ZDF für funk, 2017